Welche anderen, das hier ist ein Café. Wer also nichts konsumiert, hat hier nichts verloren. Echt? Liebe Freunde, willkommen auf unserer Website. Zurzeit bereiten wir uns auf etwas Besonderes vor. Team Roller kommt in voller Stärke zurück. Was? Das ist bestimmt das, was wir gehört haben, Benicio. Luna hat Juliana gesagt, dass sie eine Überraschung hat und so das Roller-Team wieder zurück ins Spiel bringen will und so weiter. Und was haben die jetzt vor? Weiß ich nicht. Aber was es auch ist, ich werde es herausfinden. Dieses Grinsen kenne ich. Du hast doch schon einen Plan, oder? Natürlich. Ich bringe Simon dazu, es mir zu sagen. Das ist ja lustig. Ich habe eben an genau dasselbe gedacht. Was? Willst du jetzt auch mit Simon reden? Nein, mit Matteo. Matteo? Ich bezweifle sehr, dass er dir was verraten wird. Wollen wir wetten? Ich verspreche dir, dass ich alle Informationen vor dir habe. Kein Junge kann mir widerstehen, Amber. Ach, das glaube ich gerne. Los, jetzt hört doch mal auf. Das Einzige, was euch interessiert, ist ein Vorwand, um euch an den Jungen ranzumachen, der euch gefällt. Ich brauche keinen Vorwand, um mich an jemanden ranzumachen. Ich auch nicht. Ja, ja, schon gut, Mädels. Ihr sollt euch um mich nicht streiten, okay? Nein, ich glaube, dir ist nicht ganz klar, wie das hier läuft und... Hey, was geht? Hat das Training schon begonnen? Ich bin zu spät. Und Juliana, wo ist sie? Siehst du sie hier irgendwo? Ganz offensichtlich ist sie ja nicht da. Sie hat auf einmal Wichtigeres zu tun. Das Team vom Roller bereitet eine Überraschung vor und so wie es aussieht, hilft Ihnen Juliana dabei. Und was für eine Überraschung? Naja, wenn wir es wüssten, wäre es keine Überraschung, oder du Genie? Juliana hilft Ihnen zu trainieren, aber nur solange wir ihr das erlauben. Wir sollten...